Musik So, er ist happy. So, alles klar. Herzlich willkommen wieder zu einer Folge Sims 4. Haben wir ein bisschen klimpern lassen. Was macht er jetzt? Was ist jetzt gerade? Zusatzige Aufgaben macht er jetzt fertig. Okay. Die ist auch glücklich. Wunderbar. Okay, wir haben jetzt nicht wesentlich verändert. Ich habe hier den Schreibtisch halt mal gestellt. Hier am Fenster und am Stuhl. Das doofe Radio habe ich auch so eine Holzkiste gestellt. Weil unser Budget ja nicht so viel übrig lässt. Nicht so viel. Ja, genau. So. So, so. Was willst du in der Windel wieder haben? Ja. Er ist müde auf jeden Fall. Lassen wir das noch zu Ende machen. Beschleunigen wir mal, ne? Das dauert zu lange sonst. Wenn man fertig macht hier. Wir haben noch den Sonntag. Das ist ja der Samstag erst. Das heißt, er muss es nicht zwingend fertig machen. Und dann kann er ja auch schlafen. Oh, abgeschlossen. Was ist das hier von beiden? Das war heute noch. Hm. Dann. Nein, das ist ja. Sitzen, die Küche machen, schnallen. Äh, nee. Erstmal schön Zähneputzen gehen. Komm her, Junge. Erstmal schön. Zähneputzen. Zähneputzen. Nicht schlafen. Zähneputzen. Was muss ich sonst noch was machen? Hm. Ach, ja. Was soll ich denn nicht sauber machen? Ja, schmerzlich aus. Hunger hat er eigentlich. Aber gut, erstmals bis morgen warten. Jetzt, jetzt, jetzt. Schlafen. Gute Nacht. Na, dein Timo. Da hat er mittlerweile kurz wie groß geworden ist. Und dann schlafen wir eben. Alles klar. Da warten wir mal. Ja. Oh nein. Oh nein, wieder dieses Monster. Oh nein, was machen wir denn da? Ja, da machen wir Monster mitreden. Das tut er schon, ne? Das tut er schon. Wappi! 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 Der Versuch von Timo mit dem Monster zu kommunizieren war nicht erfolgreich. Das hat momentan keine Lust, Freundschaften zu schließen. Oh, wir haben es ja geschafft. Hm. Oh, jetzt muss man sie helfen. Ja. Äh, jetzt. Ein Unzumenspiel. Versuch noch mal mitreden. Hm. Äh, Lied spielen. Spiel ein Lied. Haben wir gerade. Das hilft vielleicht. Hm. Die schnauert nicht, was los ist. Oh, unter dem Bett ist da was. Komm doch mal mit. Hm. Nichts zu wollen. Aber was geschieht? Nichts weiß nichts. Ich werde Musik spielen. Und, warum wohl, warum wohl. Jetzt glaube ich leider nicht. Wo die ist. Später auch schauen wir uns dazu. Gepasse. Hm. Oh, das ist ein Monster. Was ist das? Hälfte für uns schon. Oh, jetzt gibt es die Tassen-Aklaude. Ich würde es gleich verlieren. Dein Kursus ist nicht so weiter, ne, wie besser das. Ich freue mich nicht so eins, aber sie interessiert sich nicht von Musik. So, bitte, Monsterville einzuschreiben. Schön. Danke, Timo. Das reicht. So, machen wir richtig. Monster X und weg mit dem Viech. Macht sie nicht? Hm... Wo ist ja was eingefallen. Wir hören, machen, sitzen, rein. Ach so, wir wollen Musik spielen. Okay. Alles klar. Er macht aber nix im Monster. So, er macht sauber. Wenn wir im Monster nichts machen, reden. Wir müssen im Monster reden. So, wir sollen mal. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Oh, warte, was wird? Sie fählen mit Putzen hier immer selber. Wir werden erstmal was folgendes schon aufgeladen. Selbst motivieren. Ich helfe das hier. Ein bisschen Motivation. Oh, er macht sie gleich, gleich. Ja, 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 komm, mach doch mal in der Selbstmodation und danach kann sie es verfallen. Und also... Hm, was ist das? Back next? Das ist ein scheiß Viech. So, und dann, ähm... Badewanne spielen, verbessern, Schaumbad nehmen, nachdenklich duschen. Das hilft manchmal. So, mal. So. Oh. Nee. So. So, da wollen wir nicht zugucken. Oh, mein Wetter. Ein Unwetter ist ja immer noch draußen. Was? Okay. Haben wir das überhaupt noch? Ich habe, gehen Sie. Was, wer? Museum besuchen. Wie besucht man denn hier irgendwas? Äh, so eine Wegefantasie. Kreatives Wunderkind. Kreativkunst. Tisch besitzen. Wie man das? Du kannst ein Kreativ-Tisch im Raum-Modus in Kreativ-Kinderzimmer kaufen. Ah, gucken wir mal. Kreativ-Tisch. Komfort. Wofür sind die Kinderzimmer? Wofür sind die Dekoration? Wofür sind die Kinder? Dekoration, Beleuchtung, Toningang, Lagerung. So, und ich bin Kinderzimmer, Dekoration. Aktive Fähigkeit. Was ist der Kreativ-Tisch? Was ist der Kreativ? Hm. Ist hier kein Kreativ-Tisch? Was ist das hier der Kreativ-Tisch? Ich bin in der Hand. Das ist nicht... Ich bin ein Kreativ-Tisch. Hier ist kein Kreativ-Tisch. Hm. Das ist doch gar nicht so teuer. Wo finde ich denn Kinder? Alle Anzeigen. Klar, Oberflächen, Oberflächen oder Oberflächen? Da ist nichts Verschiebenes. Kreativ-Tisch. Kreativ-Tisch will ich haben. Kreativ-Tisch. Das ist doch ein Kreativ-Tisch. Was ist das hier? Puppenhaus-Ton. Wo ist der Kreativ-Tisch? Was ist der Kreativ-Tisch? Einfänger, Nachwuchs, Zauberer. Nee. Kreativ-Tisch. Das ist doch. Huch. Dann wäre viel Platz ein, der Kreativ-Tisch. Da ist dieser Tisch ziemlich sinnlos. Ach so, ist der Schrank. Und jetzt hier eine Kreativ-Tisch. Oder hier. Hier in der Wand hier. Genau hier. Heißt da. Dann haben wir den Kreativ-Tisch. Und der aber 300 gekostet. Voll verarscht. Das ist so ein 50 kosten. Alles klar. Ah, 300 gekostet. Na, super. So. Wo ist der Junge? Ach, der sitzt da. Und isst. Was ist der denn da Schönes? Cheelie. So. Er ist nicht so viel. Er ist noch dick. Genug gegessen. Ähm. Ist müde, ne? Jetzt geh mal schlafen. Nee, was auch noch besser. Warte, was weiß ich alles. Äh, von Sandra ins Bett bringen lassen. Ist noch schöner. Ja, schläft da so ein bisschen in den Sonntag hinein. Das ist eine Zeitraum, wo ich mich total am Arsch. Und ich will uns, äh, Museum besuchen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wie kann man hier reisen? Wie war denn das? Ich weiß nicht, wie man hier so reisen kann. Wie ging das denn noch mal? Ich kann jetzt mal raus. Muss man da hier so manuell her durch die Gegend gehen? Nee, dann noch mal an seine Grenzen. Dann muss ich hier auf M drücken, ne? M wie Web. Okay. Da gab es ja nicht viel mehr einen Button mal. So. Aha. Okay. Ich kenne aber sicher auch nichts, war das Grund. So, genau das. Beroen, die Familie Beroen. Und da. Die übrigens, ne? Das ist eine ja auch von mir kreierte, so, ne? Man ist zwischen, die ich mal so zwischendurch zur Abwechslung spielen werde. Ich tauche, glaube ich, hier hat er noch mal auf zwischendurch. Aber ich glaube, bei der einfachen, der letzten Folge, glaube ich, waren sie da kurz im Besuch. Da waren sie kurz im Besuch da. Das war noch, ja. Was suche ich jetzt eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Ein Museum wollte Besuch. Ein Museum. Was ist das Museum? Das ist das Museum. Nee, nee. Groß. Ist aber gar kein Museum. Ort hat kein Museum. Sumpf. Ist gut. Kein Museum. Ja, kein Museum. Stehe schon, das ist doch. Ah, genau. Alles klar. Aha, so. So, 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 so. Natürlich mit ihr zusammen. Auch mit ihnen auch, ne? Der war ja auch mal. Ja, ja, ja. Okay, damit noch mitkommen. Sei freundin, klein, der auch auffordern kann. Egal. Ich sollte ja schlafen, aber... So, so, das nehmen wir nochmal mit. Damit er diesen Wunsch erfüllt bekommt. Und dann haben wir für heute auch schon wieder unser Buch getan. Hallo. Hey. Freundlich. Äh, muss ich nochmal noch kennenlernen. Jetzt vergessen wir, wer er war. Freundlich. Oh, wir sind Freunde werden natürlich. Freundlich. So, alles klar. Haben wir das wieder? Jetzt gehen wir ins Museum gucken. Zusammen ansehen. So. Sieht man irgendwie die Flur hier? Hä? Sandra. So. Sie passt ja nicht zusammen, ne? Sandra, nicht? Sandra und Timo haben sich aus den Augen verloren. Wieso Sandra ist doch da? Wir reden jeden Tag zusammen. Quatsch. Ich hab' ihn überhaupt nicht hinter. So. Ich hab' ihn überhaupt nicht hinter. So. Ich hab' ihn überhaupt nicht hinter. Da haben wir die Geschichte erst hinterher. So. Und? Verschieben die anderen da auf der Sephonne? So genau, siehst du? Er kann nur einen Gästenfreund haben. Hm, vielleicht sollten wir sehen, dass die beiden hier zusammenkommen. Was hat die hier davon? Ja, jetzt müssen wir noch ein Vater. Stil, äh, Pflegevater, ne? Aktion machen wir mal. Freundlich. Äh, wir wollen da rum. Ausdrucken, das machen wir mal. So, wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte mich eigentlich nicht um die Erwachsenenwelt zu groß kümmern. Weil würde vielleicht nur diese... Ja, wenn man nicht so unglücklich ist und alleine ist. Romantisch. Dann machen wir flotten. Hübs. Was ist der Junge? Der Junge sollte sich ja das Museum angucken, endlich. Was will er als nächstes? Jetzt will er zu und unter der Dusche hin. Na, super. Jetzt sind wir im Museumwechsel. Oh, ach, warte mal hier. Guck mal hier, Junge. Ah, üben? Nein. Es wird ein klemmen Liedspiel ein Konzert geben. Mach mal. Ich weiß, ob es müde, aber... Das geht noch, oder? Man muss da dringend nach Hause. Das ist schon wieder. So ist es hier essen. Dann noch mal los. Ah, ich glaube, es wird müde. Müssen wir dann ein andermal machen. Das schafft er nicht mehr. Ah, das ist schon so weit unten. Ah, da schlägt er nicht mal rein. Ich muss aufhören. So, trink doch was. Hier. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Aufnahme. So. Kann ich gerade nicht zukommen? Ja, ich bin jetzt auch ganz beschäftigter. Ah, da. Ist er schon nach Hause? Ja, ich bin jetzt auch ganz beschäftigter. Ups, da ist er müde, ne? Ja, das ist mit nach Hause. Klar. Nach Hause, ja. Tschüss. Jetzt geht's nach Hause. Ja. Ha. Huch, huch. Drehkamera falsch. Hey, gut. Ist wichtig, etwas zu sehen? Aha, jetzt geht's zu Fuß. Dein Ernst? Oh, da gehen wir zu Fuß. Was sollst du? Sportlich. So, jetzt geht er noch. Alles klar. Ich hole mir mal was zu trinken. Und also, ich habe ja auch, glaube ich, genug drauf genommen für heute. Deswegen sage ich schon mal Tschüss an der Stelle und dann machen wir gleich weiter. In der nächsten Aufnahme wird er dann in einer Woche besitzt. Also, bis dann. In einer Woche. So, ich sage mal schon mal. Ciao. Ciao. Ciao.